3,50 Meter unter dem Meeresspiegel. Nirgendwo ist Deutschland tiefer als rund um Wilster. Höchstspannung im tiefen Land. Wilster, die heimliche Energiewende-Hauptstadt Europas. Das Umspannwerk als Knotenpunkt. Nordseewindparks liefern Offshore-Energie über die Konverter in Büttel nach Wilster. Auch der Strom der starken neuen Windstromleitungen kommt hier an. Nordlink bringt Wind- und Solarenergie nach Norwegen. Von dort wird Strom aus Wasserkraft geliefert. Südlink macht das Energieverteilkreuz Wilster komplett und wird Strom nach Süddeutschland bringen. Die zweite Schlagader neben der schon verstärkten Elbe-Kreuzung. Grüner Strom aus Schleswig-Holstein und Norwegen. Für Deutschland und Europa. Grüner Strom, geliefert vom Energieverteilkreuz Wilster. Von Deutschlands tiefstem Punkt kommen Höchstleistungen für die Energiewende. Wie, jungler bookstall única, oder wie, wenn man dann this investiert wird. H천 vicene Bruss mit 22311-423 Wie, jungler Brusser, für Deutschland und ho Amen? Beimontinue das Hasen ist eins offset,